Es ist was Wunderbares. Ganz egal, wie dreckig etwas wird. Man kann es immer wieder sauber machen. Es waren so viele. Ich hab ihnen gegeben, was sie wollten. Ja. Aber seit wann wissen die Menschen denn schon, was sie wollten? Was mach ich jetzt? Die Suppe zu teilen war kein Wunder, bloß es war ein Zauber. Eine alleinerziehende Mutter, die zwei Jobs hat und auch die Zeit findet, ihren Jungen zum Fußballtraining zu fahren, das ist ein Wunder. Ein Teenager, der nein zu droben und ja zu seinem Schulabschluss hat, das ist ein Wunder. Die Menschen wollen immer, dass ich alles für sie tue und dabei vergessen sie, dass sie es selbst in der Hand haben. Du willst ein Wunder erleben? Sei selbst das Wunder. Sei selbst das Wunder. Sei selbst das Wunder. Sei selbst das Wunder. Du willst ein Wunder erleben? Sei selbst das Wunder. Sei selbst das Wunder. Du willst ein Wunder. Du willst, wo bist eins? Untertitelung des ZDF, 2020